hallo hallo leute heute spielen wir fortnite aber mit der challenge ich darf nur ein slot benutzen und wir starten jetzt eine runde damit wir damit wir landen können ich habe mich schon einen ort ausgesucht und wir landen im bahnhof ich habe jetzt keine ahnung wie das heißt ach ja und vergiss nicht ein leck und ein abo dazu lassen und mit welcher waffe spielt ihr am liebsten schreibt das in die kommentare also ich spiele am liebsten mit der pampa oder mit also am liebsten mit der pampa mit der sniper wir landen hier bei reglers rein weiß also ich meine also mit 1 dort meine ich bedürfen nur diese waffe nur eine waffe nehmen aber wir dürfen keine anderen waffen nehmen auch nur das hier also ich bin mir nicht sicher ob es gut laufen wird und mein ziel ist es einen ewigen sieg zu holen vielleicht schaffen wir es und medaille und so weiter dürfen wir nehmen ich habe Ich fahre aber extra automatisch an die Sammlung aus, damit es nicht cheap läuft. Dann machen wir hier. Ich nehme mal die Waffe. Das kann man auch nicht nehmen. Dann haben wir uns mal, guck, da ist schon der erste Gegner. Guck's hin. Oder wie dumm ist der da jetzt? Ich darf ja keine andere Waffe nehmen. Also wir dürfen auch, wir haben nur ein Schlott, aber wir dürfen in ein Schlott zum Beispiel nicht nur ein Biegen, wir dürfen zwei Biegen. Aber es darf ich nur als ein Schlott verbrauchen. Also weiter. Also wir haben schon ein Kill, das ist gut. Ich werde mal versuchen, den Gegner zu spielen. Weil wir brauchen bessere Waffen. Wir kriegen das an. Okay. Ich werde mit euch bleiben. Ich sage das nicht nur mit dabei. Okay. Das ist richtig schwierig, Schatz. Aufpassen, keine Kameras. Spielt ihr lieber mit einer automatischen oder mit der hier? Wenn ihr mit einer Kampagne spielt, spiele ich immer mit der. Okay, we're already. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020